Hallo und herzlich willkommen zum Newsflash. Heute mal in eigener Sache. Zusammen mit den beiden anderen Unimedien der Augusta und Gehört wollen wir euch in Zukunft über spannende, interessante und aktuelle Themen auf den Laufenden halten. Es soll eine Seite geben, auf der wir all unsere Beiträge und Artikel bündeln. Hier könnt ihr euch einzelne Audiobeiträge von Gehört noch einmal anhören oder Videos von Univision anschauen. Und auch die Augusta wird hier als PDF und mit einzelnen Artikeln zu finden sein. Wenn ihr mehr über die drei Campus-Medien erfahren wollt, dann schaut doch am Donnerstag, dem 25. April, bei der Praxisbörse vorbei. Dort sind wir mit einem Stand vertreten und ihr könnt uns mit all euren Fragen löchern. Außerdem wird es demnächst noch einen Trailer geben, wo wir uns alle einzeln noch einmal vorstellen. Das war es erstmal von uns. Bis zum nächsten Newsflash. Macht's gut. Aber ich habe gemerkt, dass ich so wieder die Hand hebe. Das ist ein Geheimniszeichen.